Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute feiere ich meinen Kindergeburtstag. Und ja, mein Schmink ist ein bisschen verschmiert. Das machen wir aber gleich noch. Und meine Haare mache ich auch noch. Und das ist mein Outfit, also so ein Skelett. Dazu gehört halt noch dieser Umhang, aber den ziehe ich jetzt nicht an, sondern später. Und ja, hier sieht man schon eine dekorierte Tür. Dann geht es weiter zu unserem Halloween-Tisch. Da hängt eine Geistergelände, die haben selbst gebastelt. Hallo. Und da ist dann ein Skelett und hier noch so Skelettköpfe halt. Und hier sind die ganzen Tüten. Hier sind noch so Servierten. Und hier sind meine Einladungen gewesen, die habe ich aber schon eingeteilt. Das sind noch andere. Und ja, guckt mal, Spinnen. Und hier habe ich Spinnen. Hier sogar leuchtende Spinnen. Und schau mal an die Decke. Und ja, hier steht noch Happy Birthday, Sabira. Nein. Und an der Decke sind so halt Geister und alles. Einen Ballons und noch Hüte und noch so ein Kürbis. Und ja, dann ist hier unser Tisch. Und ja, hier essen wir dann später und so und Kuchen. Und da ist noch so eine Leuchtende. Und hier ist noch so mal eine Maske wartet, wie man die sieht hier. Und ja, dann habe ich hier noch mal einen neuen. Und ein Happy Birthday Ballon. Und ja, jetzt werde ich euch mal mitnehmen beim Dekorieren. Da werdet ihr dann sehen, was wir so dekorieren. Und später werden wir euch dann alles zeigen. Ja, dann los geht's. Übrigens, Leute, meine Schwester ist nicht bei meinem Geburtstag dabei, weil ihre Freundin selber Geburtstag hat. Aber ich komme die ganzen drei Stunden noch dazu. Ich gehe früher vom Geburtstag. Also mein Geburtstag fängt um 17 Uhr an, weil es ja eine Halloween-Party ist. Und bis 21 Uhr. Das ist gruselig und cool. Also ich zeige euch kurz, was wir machen. Wir machen nämlich auf diese Schokoküsschen Gesichter drauf, so Geistergesichter. Ja, ich habe jetzt ein Helles, weil es dunkel ist. Und ja, ich mache jetzt eins und dann zeige es euch. Ja, also mit dem Dunkeln machen wir auf das Hellen und ich mit dem Hellen auf das Dunkle. So sieht das jetzt aus. Ich habe mir jetzt eine Jacke übergezogen, weil es so kalt war. Ähm, ja, hier sind auf jeden Fall Muffins, Brownies und Finger. Und ja, noch mehr. Und hier sind die Türen und alles. Und das ist jetzt unser ganzer Tisch. Und später ist dann noch der Kuchen zu sehen. Und ja, dann bis später. Ja, es ist ein Thief in der Nacht zu kommen und grabst du. Es kann creepen, was ich dir und konsumiere dich. Es ist ein Dase of der Mind, das kann controlen dich. Es ist ein Thief in der Nacht zu kommen und grabst du. Aber wir bringen lights. Hier in der City, you're wondering, complain, nice. Aber Dr. Mike, just go on, that better thing, twice. Die Träume, da wird die Alte. So if you're not supposed to be wise. Your mind can disturb you up. It's like the darkness in the light. Disturb you up. Am I scared of you now? Disturb you up. I ain't used to what you like. Disturb you up. Disturb you up. I ain't used to Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.